Hallo! Hi! Du wirst dich jetzt sicher wundern, wer ist diese körperlose Stimme? Okay, vielleicht nicht genau in dem Wortlaut, aber das bin ich. Das Julius-Echter-Gymnasium in Elsenfeld. Und das auch? Und das bin ich von meiner Schokoladenseite. Am 28. April 2017 hatte ich echt viel Besuch, weil ich der Gastgeber für die Qualifikationsrunde von Jugend präsentiert sein durfte. Wie cool! Als erstes kamen wichtige Menschen in wichtiger Kleidung und kleinere wichtige Menschen mit orangenen T-Shirts. Die waren sehr lieb und haben alle Fragen beantwortet. Und dann ging's auch schon los. Nach und nach sind immer mehr neue Leute gekommen. Große, kleine, kleine Haarige. Nach der Anmeldung war noch Zeit bis zur Begrüßung. Und die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, nochmal in ihrer Präsentation in Ruhe durchzugehen. Archimedes überlegte lange Zeit. Eines Tages, als er in der Badewanne lag, hatte er plötzlich die Idee. Oh, das passiert mir auch immer. Welche Idee? Hatte etwa den Buchdruck erfunden? Papiergeld? Den WLAN-gesteuerten Toaster? Naja, da ich die Aufmerksamkeitsspanne einer Fruchtfliege habe, werden wir das wohl leider nie erfahren. Danach habe ich mich ein bisschen umgesehen. Die Helfer hatten ein Klassenzimmer in einen wichtigen Raum mit wichtigen Schildern für die wichtigen Menschen umgewandelt. Überall liefen nette Leute rum. Und allmählich füllte sich auch die Aula, da die Begrüßung kurz danach anfing. Und wie das bei diesen Veranstaltungen so ist, wurden wir auch freundlich empfangen. Willkommen im zweitmeist bewaldeten Gebiet Bayerns und es ist uns eine Ehre, Sie hier begrüßen zu dürfen. Das Übliche eben. Und wie üblich haben auch alle höflich applaudiert. Danach wurden die Teilnehmer in kleinen Gruppen aufgeteilt und in die Warm-Up-Räume geführt. Das klingt interessant, sind aber eigentlich nur leere Klassenzimmer, in denen die lieben Trainer die Teilnehmer nochmal optimal vorbereiten. Nach den obligatorischen Kennenlernspielen wurde über Mimik und Gestik geredet und worauf es da beim Präsentieren genau ankommt. Wenn wir freundlich lächeln kriegen, ist ja auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir das freundliche Lächeln gespiegelt bekommen. Und das haben wir natürlich alle gerne, dass uns Leute auch freundlich zurück anschauen und uns somit bestärken, dass das alles gut läuft. Hm, da hatte ich wieder was dazugelernt. Aber ich mochte schon immer, wenn mich jemand anlächelt. Allerdings erweist sich das so als Schulgebäude oft mehr als beschwerlich. Nach kleinen Diskussionen und Partnerarbeit passiert auf einmal das. Ich bin mir nicht sicher, ob die Menschen versucht haben, geheime Obstgötter zu beschwören, aber hier spielen sich sowieso immer Sachen ab, die ich nicht so verstehe. Quantenphysik, Stochastik, Lyrikanalyse, da ist so ein Ritual zur Obstgottbeschwörung eigentlich gar nicht so abwegig. Danach bekamen die Teilnehmer auch Tipps zum Präsentieren an sich, und dann redeten auf einmal alle über Mo, oder Momo, aber wer ist überhaupt dieser Mo, was hat der getan, was? Mo. Mo, 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 Mo. Mo, 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 Mo. Mo. Mo, 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 Mo. Mo, 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 Mo. Mo, 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 Mo was er eigentlich siedelt, dann bekommt man meistens die Antwort, na ist doch klar, bei der Grad. Aber ist das wirklich so? Das schau mir das mal an. Letztes Jahr war ich an der Golden Gate Bridge in San Francisco. Wahnsinn, wie viele Autos da drüber fahren können. Die muss ja echt ganz schön stabil sein. Bei mir geht es nun darum, was ein Puttenbauer von einem Kaktus lernen kann. Ich zauber jetzt mein Versuchskaninchen Eifred in diese Flasche, ohne dass ich ihn reindrücken muss. Hm, ich glaube, Zaubern ist doch nicht so mein Ding. Aber ich weiß, wie es noch funktioniert. Am Ende sind echt alle meine Freunde vom Julius-Echter-Gymnasium und viele neue Freunde ins Finale weitergekommen. Sie dürfen die Präsentationsakademie besuchen und im Herbst zum Finale nach Berlin fahren. Alles in allem hatte ich schon lange nicht mehr so viel Spaß, mit so gutem Essen und so coolen Leuten. Und ich freue mich schon aufs nächste Jahr und auch vielleicht den einen oder anderen wiederzusehen. Und wie unser Freund Mo oder Momo immer so schön sagt, es hat mich sehr gefreut. Dream it, wish it, reach it. Das ist mein Slogan. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.